Willkommen beim DOC-Festival! Mein Name ist Sebastian und ich mache das Forum beim DOC-Fest. Mein Filmtipp wäre Dream Empire, das ist der Eröffnungsfilm dieses Jahr. Und in dem Film geht es um Europäer, die in China bei Immobilien-Partys Musik machen. In dem Film gibt es eine Szene am Ende, wo die Auftritte von den Musikern und von dieser kleinen Immobilien-Event-Firma immer entferntere Regionen bereisen muss. Und da müssen die auf einmal in so Geisterstädten im Immobilien-Boom in China bespielen und bereisen. Und das war eine total unheimliche und bedrückende und beeindruckende Stelle für mich. Ich habe diesen Film als Rohschnitt gesehen und ich war woanders in der Fremde. Und in diesem Film geht es wieder um jemanden, der in der Fremde ist und dadurch einen ganz besonders klaren Blick hat auf das, was ihn umgibt. Und das nimmt man aus dem Film mit und das finde ich ganz besonders stark daran. Der Film Dream Empire ist wirklich für jeden was. Für junge Menschen, die auch gerne mal was Aufregendes erleben wollen, weil der ist wirklich aufregend, der Film. Für ältere Menschen, also ich wüsste gar nicht, wer den Film nicht gesehen haben sollte. Unruh. Ich Wunsch. Untertitelung des ZDF, 2020